Übung 21 Schwierigkeitsgrad schwer. Die Übung findet im Sitzen statt und wir benötigen einen Kartenstapel. Diesen nehmen wir in eine Hand und versuchen mit dem Daumen derselben Hand einzeln die Karte auf den Tisch zu schieben. Gerne auch die Hand wechseln. Als Variation zu dieser Übung kann man die Karten auf einen Stapel bringen, vor sich auf den Tisch legen und zuerst versuchen mit Daumen und Zeigefinger einzeln Karten runter zu nehmen. Gerne können Sie versuchen, die Karten nicht nur mit Daumen und Zeigefinger, sondern auch mit Daumen und Mittelfinger oder Daumen und Rindfinger oder Daumen und kleiner Finger vom Stapel abzuheben. Wenn Sie Lust haben, können Sie es auch mit der anderen Hand machen. Wenn Sie Lust haben, können Sie es auch mit der anderen Hand versuchen. Wenn Sie Lust haben, können Sie es auch mit der anderen Hand versuchen. Wenn Sie Lust haben, können Sie es auch mit der anderen Handeln ausprobieren.